und die eins da ist nochmal ne sechs ok Alter, Jay holt ich einfach den nächsten direkt wieder her what the fuck und da ist die eins JET DAUSEN direkt NOOOO! Ich hasse dieses Spiel. Okay, ich musste drei würfeln. Darf ich nicht würfeln, wa? Alter, du standst über mir. Wieso treffe ich dich denn nicht? Alter, was hab ich denn für Kartoffel-Aim? Das ist auf jeden Fall bester Aufnahmetermin ever, möchte ich auch ganz kurz sagen. Ich hoffe, das trugt gut an. Ich möchte noch andere Kontinente testen, Leute. Ja, nicht nur wir. Geinen Schnaps oder so. Liköre und was nicht alles. Boah, Schnaps ist aber hart, wenn du dann unterschiedliche Schnaps trinkst. Dann nehme ich auch das Glas hier. Weil so langsam, also das Bier ist jetzt nicht so von wegen angetrunken, aber ich merk zumindest, ich hab Alkohol getrunken. Wieso ist da ein Skifahrer? Ey, Leute, ihr fahrt doch... Hey, hey, ihr könnt doch nicht durch mich durchfahren. Pass doch auf. Ihr werdet doch gefräst. Hä? Ja, da wird man nicht zuspielen können. Aber wir hoffen. Theoretisch, weil genau das kommt. Ja, du hättest doch die grüne legen können. No, er liegt dazwischen, der Dooley. Perfekt. Okay, jetzt muss Peter gar nicht ziehen. Ja, ich spiel' ich dir zu. Das war nicht durchdacht. Das war nicht durchdacht. Einfach schön, wenn du was in der Nase hast. Du weißt ja in der Regel, wo ungefähr die Wunde vielleicht ist. Vielleicht spürst du sie ja. Dann kannst du sie direkt zudrücken. In der Nase kann man die Wunde manchmal spüren. Was hast du denn da für Wunde? Kann die Wunde spüren? Oh ja, der glatter Durchschuss merke ich einfach nicht. Ja, ganz ehrlich, das verblute halt. Ja, hoffentlich. Irgendwann werden wir seine Knowledge stoppen und ihr verarscht den. Du kannst doch das Papiertaschentuch an die Stelle in der Nase, wo es halt blutet, da draufdrücken. Ja. Ich kann das gar nicht sagen, von hier aus wo das ist. Dann hast du da mehr Erfahrung als ich. Und ich hab einfach noch nicht so krass Nasenbluten gehabt, dass ich das gemerkt habe. Das ist wie, das ist hier die Bestätigung für die Leute, die meinen, die Welt ist nicht rund. Ich fall gleich hier runter. Dann fällst du gleich einfach vom Rand ins. Oh mein Gott, ich hab grad echt gedacht, ich fall hier runter. Oh mein Gott. Und schon wieder. Alter. Okay, jetzt hab ich's wirklich kaputt gemacht. Scheiße. Ja, sofort zwei Minuten. Peter, bist du dort wieder? Nee. Ich seh dich nicht zumindest. Also die, die beiden Autos, die sich da geknutscht haben vor deiner Nase, ne? Also der blöde, der blöde Mustang, ne? Ist mir voll in die Karre gefahren, weil der so rübergezogen hat. Das warst du? Keine Ahnung warum. Als ob du das warst. Der hat mich irgendwie angedrängelt. Selbst das Auto ist weiß. Der war gar nicht so falsch. Ah, jetzt war's. Oh Gott, die hatten den Luft. Das war richtig gut warm. Ähm. Oh. Wieso guck ich denn schon wieder so? Ich mag das, wie Peter immer in alle Richtungen schielt. Oh mein Gott. Da stand vor allem, dass Sepp und Peter waren bei mir auf der Map relativ nah nebeneinander. Ja. Jay, überleg dir schon mal, wie du bei B einfach richtig dumm stirbst. Was? Oh Jay ist immerhin Moderator. Alter, werdet ihn, werdet ihn denn? Ja, ich hab geguckt, ich kann Bannen und Kicks. Also, gebt mir die auf den Sack, Leute. So, 3, 2, 1. Wir gehen ab hier ganz schön. Komm zurück. Geh weg. Happies. Happies. Wieso? Wieso sind unsere... Autsch. Fram, du rätst auch immer in die HE, wach? Da ist einer. Oh, da kommt einer. Ja, moin! Gib ich dich, du Hurensohn! Hä? Oh, 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 oh. Alles, danke, Peter. Bombe ist B... Nein! Das ist so ne Scheiße, ey! Oh, Mann! Ja, komm, Sepp, ey, was ist denn da los bei dir? Hallo, klar. Jo! Halt's auf, Juggel! Da ist immer ein Zweider mit 7 Kills hinten. What the fuck, verdammt der für ne Runde? Steht aus Mono und EKP. Und die Minute läuft jetzt. Eingelockt! Sehe ich! Wow! Was ist denn heute los mit dir, Alter? Sechs? Oh Gott, der holt mich jetzt! Ne, tu mir nicht, okay. Okay, jetzt stell, jetzt hast du alle Chancen! Steht für dich! Du kannst keinen Schlag... Nur keine Eins! Okay! Die Schocks für dich waren 5 zu 6 Jahre dritten bis! Naja, okay! Ne, stimmt gar nicht! Millimeterarbeit! Oh, shit! Was war das denn jetzt? Was war das denn, Peter? Ja, das hab ich verkackt! Das müssen wir aber noch üben! Ah, da kommt Cookie! Da kommt Cookie! Da kommt Cookie! Ahhhh! Oh, das ist knapp! Und shit, hast du es noch geschafft! Ah, Cookie ist ein knapp! Ja, guck dir mal an! 620, 106, 620, 276! Das war noch ganz schön knapp! Okay, komm! Das ist gar nicht so schlecht, jetzt zwei Unus zu haben! Ja, guck mal, man kann sich ganz schnell... Komm schon, ne blaue Null! Ne blaue Null! Wie lange musst du denn ziehen? Ja, bis bla... Bis du kannst! Okay, Bram... Spielen? Ja! Ja, musst du ja! Ja, aber was nehmen wir denn jetzt für eine Farbe? Ja, dann nimm blau! Okay! Haha! Da hätt ich einfach nicht vier legt! Ja, ich weiß! Aber das wussten wir ja nicht! Ja, sehr gut! Ja, bin dann kein Blau! Sehr schön! So ne Scheiße! Okay, dann ist alles gut! Wofür stehen, lad es wieder auf! Oh, man kann die Pakete verlieren! Ja, mit der Beschleunigung des Todes könnte das eventuell passieren! Mordsmäßige Geschwindigkeit! Okay! Wow! Boah, dann war aber Knäppchen, ey! Der ist doch direkt... Oh mein Gott! Oh nein! Ich bin doch nicht im Kreis gelaufen, oder? Pinke scharf geschlagen! Ah, nice! Oh, finally, ey! Wie viele Sachen hast du jetzt? Zwei! Boah, Alter! Wie lange ich dafür gefarmt hab! Ach, Mann! Ach, Mann! Ne, Leute! Sandwich find ich jetzt nicht so geil! Aber vorhin wolltest du noch ein Sandwich! Das war dein einziger Wunsch! Ja, aber zum Essen, Peter! Nicht zum gefickt werden! Oh, fuck! Warum willst du denn kein Sandwich ficken? Aber du hast zurückgefickt! LOL! Hahaha! Null! Null Chance! LOL! Das ist mega gut! Wo bist du drin, Bram? Zweites Obergeschoss! Sepp wird keine Schamste haben! Du, zweites Obergeschoss! So, Kalki, will ich mal! Zweites Obergeschoss sag ich dir, Junge! Hast du keines, Ditte! Also, in zweit... Deutsch zweites Obergeschoss, oder? Ja, du bist grad die Treppe hochgelaufen! Also, ich bin jetzt bei dir! Theoretisch! Ja! Da wird das ganz still auf einmal! Ah! 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 Loll! Alter, ob du Peter direkt weggemacht hast! Nee, nix, Peter! Nee, nix, Peter! Ah, lol! Alter, was ist los? Wie... Schlecht! Oh, ja! Schön! Wer ist denn der nicht heiß? Ja! Wieso ist eigentlich Kim Jong-un mit hier am Start? Fand? barking Oh, lol! Na, ein Lungenflügel-Kill! 400 Points! Da wurde ich angegriffen! Oh, mein Gott! Es verteidigt seine Kumpan! Na, okay, da müsste jetzt Out ran! BAM! jetzt aber schnell ich frage mich manchmal wofür ich da bei mir verdient hat seine wörter alle pistolen runden haben habt ihr das land schon ich habe keine ahnung ich hab doch nur das ist doch schwierig die mucke macht direkt dreck druck vor die sprachprobleme hallo und wie spielen wir jetzt am besten ach pass auf wir machen folgendes so und so das ist ja schon mal frech ey peter ich würde anfechten das ist nicht schade das läuft nicht so gut 4 zu 6 also ich darf jetzt keine ich sollte keine 2 würfeln habe ich das richtig ja das ist natürlich schon belastend jetzt an der stelle wie viel fisch kann man haben das war jetzt auch kein hass oder so ich hätte dich gerne leben gelassen möchte ich an der stelle kurz hier betonen das kann man sich nicht ausdenken das ist so eine größte bitte alter ich merke zumindest ich habe alkohol getrunken Obstbrennen hätte ich gerne das ist ein guter schnaps das ist ein guter schnaps das hast du doch gewollt wo ist das ein guter schnaps als alle anderen da habe ich einige Leute entschuldigen dann den band deinen namco umdrehen dann ist das tatsächlich okay da passt das drehen wir das B um das funktioniert auch drehen wir das B oder I um naja da Christian sein fährt ich weiß welchen ich fahre und Jake gerade mit 250 Sachen mit der Kreuzung fährt musst du das gewesen sein Christian fährt schon seit 10 Minuten nicht mehr mit seinem Auto ok dann war das vielleicht auch Christian aber Christian hat gerade nicht gedreht dann war das doch Peter war das Christian gerade? das weiß ich gar nicht aber das ist mir egal Peter das heißt ich weiß einfach nur ja oder das war Sepp warst du denn an der längsten Ampel im Bild Moment das könnte natürlich auch noch sein nein Peter warst du das denn eigentlich da habe ich ja gar nicht das wäre ich denke mittlerweile nur euch Leute sehen dass ich gebaitet wäre das könnte ja auch noch Sepp gewesen Applaus super ach ja komm oder hast du schon gezuckt Peter ne ja pass auf zack und jetzt toll wenn ich dann die sein ja genau du Hurenspiel ach ja komm ey wie anlackiert sie das blödes Hurenspiel da hast du ja nur 5 stücke gezogen oder so ich bin total verwundert nur wenn ich jetzt Moderatorkräfte habe dürft ihr trotzdem falsch rumfahren ne das stimmt was keiner da traut sich wer ey 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 das ist schon völlig in Ordnung ach das war jetzt nicht so stark von mir kennt man dich nicht mehr warte mal jetzt musst du wie was da kennt man nur den Mobs ich hab keinen Mopps an wie was so ist denn sonst denn wie macht man denn Mops für dich ich finde das geil dass der Mops am flexen ist es ist die Rundkatze was ne ich hab doch du hast aber noch in der letzten Folge gesagt ey Mops hat keine spitzen Ohren ich hab extra keine spitzen Ohren gemalt Ja, der hat aber auch nicht so ründe. Ja, was hat der denn für Ohren? Rautenförmige Ohren, haltet ihr fest. Rautenförmige Ohren in Zukunft. Aber hängen die nicht auch so runter, die Ohren? Ja, genau, ja. Komplett eigentlich ganz. Ja, aber du siehst meine Drohne nicht, ja? Ne. Schade. Jetzt hab ich geschossen, aber doof. Okay, ich muss meine Drohne wieder an. Meine Drohne ist grad explodiert. Oh, weiß auch nicht wieso. Dammit. Hier, Jay hat meine Drohne kaputt gemacht. Genau hier. Was? Gar nicht. Hier. Der ist vorgekommen links. Der ist irgendwo da in der Ecke, glaube ich. Ich hab die Steps gehört. Kann sein, dass der sich da in die Ecke setzt. Das hat er schon mal gemacht. Okay, holen wir den da raus. Christian, du guckst bei Kohn. Ja, ich guck. Ja, ich guck mal. Aber der hat mir noch damage gegeben. Bei mir einer rausgekommen. Du bist aus der Stadt raus und dann stand da Tampere und ein Schild. 61 Kilometer oder so. Ja, ich bin in den Wald eher rein. Ich hab ganz am Ende ein Schild gefunden. Links Tampere, rechts Juvescilla. Und dann hab ich einfach zwischen die beiden Städte geklickt. Tampere ist natürlich 10 von 10. Das heißt, Peter ist auch so ein Labersack. Nee, nee, das war jetzt 5 Sekunden vor. Ja, natürlich. 5 Sekunden wieder. Das sieht man in meiner Aufnahme vorher, hatte ich keine Ahnung. Das waren bestimmt 7 Sekunden oder mehr. Das waren bestimmt 7 Sekunden oder mehr. Okay, play next. Das war nice. Natürlich hat er da einen Dreh. Mann. 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 Verdammt, das ist schon wieder von der absolute Oma. Kacke, Alter. Weckst du die Farbe? Die hat sich ausgesucht. Naja. Die andere ist blau. Oh, Peter! Ja, aber jetzt wissen wir, dass die andere blau ist. Ist doch gut. Ja, Peter! Ich bin aber auch echt lange jetzt im Haus. Jetzt weiß ich, wie Peter sich fühlt. Du hast schon 2 drin. Du weißt nicht, wie ich mich fühle. Ah, scheiße. Kommt da jetzt die 1? Da ist das Beste. Kann halt nicht wahr sein. Mein Gott. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Sag, der mit einem fetten Grinsen auf den Lippen. Nee! Nee! Das ist jetzt zu weit. Nee, ich hätte der Jay jetzt auch gegönnt. Oh, ho, ho, ho! Ui! Alter, klappst du mir! Oh, Christian! Nein! Und dadurch hat mich der Bus getroffen! Nein! Und dadurch hat mich der Bus getroffen! Nein! Nein! Leute, ich habe den Fahrskill vor Peter gekommen. Einmal wenn ich besser bin. Wie weit ist denn das noch? Ja, ja. Ich fahre vorsichtig. Ich will ja nicht 4 Jahre unterwegs sein. Wow! No! Sir! Wir haben was verloren. Nein! Jetzt ist hier Sackgasse. Ach komm! Wir haben einen Unterwassertempel gefunden. Wir haben keinen Vorteil gefunden. Der Fuchs. What the fuck? Da ist da Spawn Panda drin. Alter, hab ich mich gerade erschrocken und mir ist gerade dieser Gottfisch erschienen. Oh! Das ist richtig fies. Aber noch da! Peter, du hast gelogen! Ne, war ein anderer. Wann! Wann? 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 Wann war das schon so bei mir? Also warst du auch eher so Richtung Toilette? Mehr sag ich dir jetzt nicht! Ich hab dir schon die ganze Etage gesagt, mein Freund. Da kann man vorhin nicht drauf. Jetzt hier, ne? Gebe ich dir den kleinen Finger, und da kommt direkt wieder... Dann kannst du noch ein paar andere Tipps geben, so richtig schöne Sepp-Tipps. Ja! Find ich auch! Ja, ne gute Idee. Ich bin eine Drohne, ich bin in Drohnenform. Du siehst, du siehst einen Türrahmen. Alter, schon mal guter Tipp. Sepp, das war jetzt stolz. Ach Quatsch, Sepp. Das war jetzt schon ein echt krasser Tipp, ne? Müsst du aufpassen mit sowas. Okay, der ist ja mal mega verwirrt gewesen. Ah, links! Hinter dir! Der wollte mich messern! Ich danke dir, Chris! Mein Pläten habe ich ihm zugeguckt und sagte, oh, Christian, guck mal, wo ist er bei dir? Alter! Peter, willst du eine Acker? Den hab ich ja gar nicht gesehen. Oh mein Gott! Lonne! What? Das war Nose-Kopf! Was ist das? Das war er. Danke. Bis zum nächsten Mal.